Hallo, hier ist wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier seid und bei mir seid. Ja, ich habe mich eben spontan für ein Video entschieden, tatsächlich. Also ich sitze hier, habe mir keine Notizen gemacht und spreche jetzt einfach mal ein Audio ein. Und zwar geht es um das Thema Aufruhr im Körper. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin 2009 an Neuroborreliose erkrankt und ich möchte heute mal ein bisschen was noch von damals erzählen. Das ist ja nicht so ganz mein Lieblingsthema, weil ich ganz gerne die Symptome hinter mir lassen möchte. Aber ich weiß auch, dass es vielen etwas bringt, wenn ich davon spreche, weil man sich teilweise vielleicht ja auch wiedererkennen kann. Und daher mache ich das. Also ich mache das jetzt im Grunde genommen so ein bisschen, weil ich helfen möchte. Aber ich muss mal gucken, wie tief ich da reinkomme jetzt. Okay, wir fangen einfach mal an. Ich habe das jetzt erstmal Aufruhr im Körper getauft, also Abhievel im Englischen. Und ich möchte nicht so gerne jetzt über Herxheimer Reaktionen und das Ganze sprechen, sondern einfach erstmal so erklären, dass der Körper sich plötzlich völlig fremd anfühlte und in Aufruhr versetzt war. Ja, also bei mir fing das dann so an, dass ich nicht mehr so richtig gerade laufen konnte, schwindelig war. Und dieser Schwindel, der hat auch einen gewissen Stress bei mir ausgelöst, weil ich ja überhaupt nicht mehr wusste, wo fängt ein Raum an, wo hört er auf? Wie komme ich gerade durch eine Tür? Und dann war es auch noch so, ich hatte verschiedene Formen von Schwindel. Ich hatte Fahrstuhlfahrschwindel. Ich hatte das Gefühl außerdem noch dazu, dass ich die ganze Zeit in einer Zentrifuge lebe, wo sich alles die ganze Zeit dreht. Also das war alleine schon ziemlich sehr aufrührend. Und damit war man im Grunde genommen auch schon gut beschäftigt. Und dann war ich ja auch noch so, dass ich taube Stellen zu Anfang am Körper hatte. Die verteilten sich dann immer wieder neu oder teilweise waren sie dann auch wieder weg. Dann hatte ich ja Lähmungserscheinungen in den Beinen. Konnte immer mal wieder ein bisschen laufen, aber immer nur so vom Bett halt bis zum Badezimmer. Und dann auch nicht lange stehen. Also zum Beispiel habe ich mir, wenn ich mit Tee gekocht habe, habe ich das so gemacht. Ich habe das Teewasser aufgesetzt, habe mich dann auf den Fußboden in der Küche gesetzt. Und wenn das Teewasser dann gekocht hat, dann habe ich mich wieder am Küchenschrank hochgezogen. Und dann konnte ich das wieder so einfüllen. Nur, dass man es ein bisschen versteht, das war so ungefähr die Kraft, die ich hatte. Und das ging auch relativ plötzlich bei mir. Also ich hatte schon bestimmt 20 Jahre vorher immer so leichte Anflüge von Irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist komisch mit mir. Ich musste dann auch immer nach der Schule schlafen. Das merkte ich natürlich auch, dass ich irgendwie nicht so belastbar bin. Als ich dann gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass irgendwie meine Arbeitskollegen nach der Arbeit noch Nordic Walking und Fitnessstudio und was nicht alles noch gemacht haben. Das habe ich alles nicht gemacht. Oder wenn Silvester war, dann habe ich schon mal vorgeschlafen. Und dann war ich auch nach Silvester völlig fertig, weil ich das total anstrengend alles fand. Das ging aber so. Also ich konnte so eine Art Energiemanagement eine lange Zeit betreiben. Also ich glaube, bald 20 Jahre lang, also von meinem 10. Lebensjahr bis zu meinem fast 30. Also bis zum 29. Lebensjahr habe ich so eine Art Energiemanagement gemacht. Und das ist auch kaum Leuten aufgefallen. Und ich würde eher so sagen, das war dann eher so, naja, sie ist halt faul. Sie schläft halt gerne nachmittags. Das gilt wahrscheinlich bei meinen Nachbarn heute noch als faul. Naja, okay, so ist das jedenfalls gewesen. Und irgendwann war ich dann in so einem Daueraufruhrzustand plötzlich, wo eben ab meinem 29. Lebensjahr, beziehungsweise dann, als ich 29 war, dann kam plötzlich der 4.6. 2009, wo dann gar nichts mehr ging. Also wo ich dann wirklich ab diesem Zeitpunkt für viele, viele Jahre mich jeden einzelnen Tag krank gefühlt habe. Und das war mir vorher eben auch nicht klar. Ich kannte schon den Begriff Borreliose. Aber dass man sich so schlecht dabei fühlt, das war mir nicht klar. Also ich hatte mir das so vorgestellt, da hat halt jemand mal irgendwie ein bisschen Gelenkschmerzen. Ja, ich hatte auch schon gehört, dass man mal einen gelähmten Arm haben kann oder sowas. Eine Freundin von mir hatte mir das erzählt, dass ihre Mutter das halt hat. Aber, ja, gut, dann muss man sich ja nicht so schlecht dabei fühlen. Ich dachte, dann geht ein gelähmter Arm, aber man ist weiterhin geistig klar. Dass dann plötzlich auch sowas wie Gehirnnebel auftritt, dass man keine Zahlen mehr tippen kann, dass man Schwierigkeiten hat zu schreiben. Diese ganze Koordination des Schreibens plötzlich schwierig wird. Das Koordinieren der Beine, des Laufens, Treppe runter. Wann spanne ich eigentlich den Muskel an? Wann entlockere ich den Muskel wieder? Ja, das war mir eben nicht so klar. Da bin ich dann eben so reingerutscht. Aber ich glaube auch, dass die meisten Menschen das vorher vor der Borreliose nicht wussten, wie blöd das dann ist. Und dieser Aufruhr eben, das Schwierige an dieser Borreliose ist ja, dass man sich im Grunde genommen jede Stunde anders fühlt. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, jede Minute. Aber sagen wir mal, jede Stunde fühlt man sich anders. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so Familienfeiern anstehen, man kann auf einmal nicht mehr gut seinen Körper einschätzen. Also, man weiß eben jetzt eben nicht, kann ich zum Beispiel mithelfen beim Bedienen zum Beispiel. Oder ich habe das dann auch gemerkt, ich habe dann mal mit bedient, aber es wurde mir dann eben auch schon wieder zu anstrengend. Also jetzt in der richtigen Krankheitsphase. Dass ich dann zwischendurch auch mal ein bisschen mit bedienen konnte, zum Beispiel bei so einer Familienfeier. Aber dass ich dann gemerkt habe, das wird jetzt aber anstrengend. Oder auch so schwere Platten tragen oder so. Das war mir dann wieder zu schwierig. Oder wenn man dann auch merkt, man kann die Hände gerade gar nicht richtig fühlen, ist jetzt blöd, irgendwas zu tragen, weil es könnte ja runterfallen. Aber dann wirkt man ja schon wieder faul, wenn man dann solche Ausflüchte hat. Naja gut, also man kann plötzlich nicht mehr richtige Zusagen treffen. Also man kann nicht mehr gut sagen, ja, ich komme dann zu der Feier und ich bleibe da so lange, wie ich lustig bin und ich fahre und ich kann alles. Also das ist dann, man wird eben für die Gesellschaft ein bisschen untragbar. Ich erinnere mich auch an eine Sache, da war ich mit einer Freundin verabredet. Das war im Grunde genommen aber noch ein halbes Jahr, bevor ich so krank wurde. Aber da fing das eben auch schon an. Da war ich verabredet, bin nach Braunschweig gefahren, das sind so 40 Kilometer. Und sie hat für mich gekocht. Das ist eigentlich voll peinlich. Sie hat für mich gekocht und mir war so schlecht und mir war so schwindelig. Und mir war alles, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, ich bin so nach 30 Minuten wieder nach Hause gefahren, was mir so schlecht ging. Aber so, keiner wusste eben, was ich da so richtig habe und dann ging es ja wieder besser. Und naja gut, okay. Aber wie gesagt, dann als ich so richtig krank wurde, ab dem 4.06.2009, da war ich ja dann jeden Tag krank. Da konnte ich dann eben nicht mehr irgendwie es verstecken. Da war wirklich, da war ich ja dann auch in mehreren Krankenhäusern. Naja gut, also ich war in zwei Krankenhäusern, aber ich war mehrmals in diesen Krankenhäusern. Und ja, man hat halt dann auf einmal ein neues Hobby gehabt. Das sage ich jetzt ein bisschen lustig, aber ich meine, dass, ja, wie gesagt, ich will energetisch da jetzt nicht so total einsteigen. Für mich war es vielleicht ganz gut, dass ich sehr, sehr müde war. Ich habe auch teilweise vieles gar nicht so richtig mitbekommen. Der starke Schwindel hat dafür auch nochmal gesorgt, dass ich gar nicht so richtig mehr vernünftig lesen konnte und überhaupt noch was mitbekommen habe. Also es gab auch eine Phase, wo ich jetzt eigentlich auch ein bisschen, ja, so die Erinnerungen sind nicht so ganz deutlich für mich. Ja, und es war eben, keiner der Erste konnte mir sagen, ob ich nochmal gesund werde, wann ich wieder gesund werde. Und ich bekam dann ja Antibiotika-Infusionen. Gott, die mich jetzt nicht kennen, die fallen wahrscheinlich jetzt um, aber ich hatte dann letzten Endes viereinhalb Jahre Antibiotika-Infusionen. Ich glaube, für die meisten, die fallen dann immer um, wenn die das jetzt hören. Und in der Borreliose-Szene, ich kenne viele, die hängen 25 Jahre an einer Infusionen. Also für die ist das jetzt wahrscheinlich wieder ein Wochenende. Ja, aber teilweise auch mit richtig viel Gramm Antibiotika in der Infusion. Oder ich habe auch Phasen, dass ich morgens Doxycycline-Infusionen hatte und abends Ceftriaxon mit Cefotaxin. Ist auch egal, was das jetzt war. Ja, es war auch immer nur so ein... Also jetzt mal für die Biologen meinetwegen, aber für die Mikroskopieren, würde ich sagen. Es ist halt so, man verdrängt halt alles in die Zystenform. Man hat ein bisschen mehr Ruhe, man kann wieder ein bisschen besser Auto fahren. Ja, ich konnte halt auch wieder ein bisschen mehr spazieren gehen. Arbeiten war nicht möglich. Aber vor allen Dingen auch nicht unter der Antibiotika-Kur. Also ich fand das super anstrengend. Ja, manche können das, ich weiß. Aber ich war halt down. So, und dann konnte man halt wieder ein bisschen mehr. Und so wie man aufgehört hat, Antibiotika zu nehmen, denn das geht ja dann doch irgendwann auch schon auf die Lebergalle, beziehungsweise dann die Niere, je nachdem, welches Antibiotikum man gerade nimmt. Oder auch meinetwegen auf den Darm. Wobei ich das bei den Infusionen gar nicht so heftig finde mit dem Darm. Da finde ich Tabletten eigentlich schlimmer. Na gut, auf jeden Fall denkt man ja, man will dann mal aufhören und wieder raus aus dieser Nummer. Und wenn man dann aufhört, dann werden die Symptome halt wieder stärker. Also einmal hat man halt die Herxheimer-Reaktion, wenn man mit einer Antibiotika-Kur anfängt, dass dann wieder zum Beispiel mehr Taubheit, mehr Lähmungserscheinungen, mehr schwache Beine bei mir auftraten. Aber wenn ich dann aufgehört habe, Antibiotika zu nehmen, war es auch nicht viel anders. Dann haben auch die Borelien gemerkt, dann nach ziemlich kurzer Zeit, oh, es geht wieder los. Ja, und dann würde ich gerne noch dieses Phänomen beschreiben mit dem Supermarkt, weil ich ja gesagt habe, wir reden ja heute so ein bisschen über diese Aufruhr des Körpers. Wenn man so anfängt, krank zu sein, dann denkt man, man nimmt jetzt etwas und es geht immer aufwärts. So habe ich das jedenfalls gedacht. Und dann kann man irgendwann auch wieder in den Supermarkt. Und alle um einen herum und so sind auch total fröhlich, dass das jetzt wieder klappt. Man selbst ist total, also als ob man irgendwie was ganz Tolles erreicht hätte, man hat es geschafft, den Supermarkt zu überstehen. Und es ist aber so, also erstmal dieser Supermarkt, das ist eben, ich spreche heute, weil ich ja nun seit, ja mindestens seit sieben Jahren, aber im Grunde noch länger, mich mit Leuten darüber unterhalte, die eben unter Boreliose leiden. Und das Thema ist echt oft Supermarkt. Supermarkt ist voll das häufige Thema. Der Supermarkt hat verschiedene Stressfaktoren. Erstmal eine gewisse Unberechenbarkeit. Man weiß nie, wer einem begegnet. Nee, er soll jetzt nicht so Psycho werden. Aber trotzdem ist es eine gewisse Unberechenbarkeit, zum Beispiel wie lange man an der Kasse steht. Das ist zum Beispiel für jemanden mit Boreliose anstrengend. Wenn man nicht so viel Kraft hat und nicht so lange stehen kann, dann kann es auch schwierig sein, eben lange an der Kasse zu stehen. Auch dieses aufs Band legen, wieder was vom Band wieder runternehmen, Geld bezahlen, auch das ist für Leute mit Gehirnnebel eine ganz große Herausforderung. Und vor allem, man ist das ja gar nicht gewöhnt, krank zu sein erstmal. Also man fängt ja, wie gesagt, man ist ja eben noch gesund gewesen und auf einmal ist man krank. Und auf einmal ist man eben an der Supermarktkasse und muss sich so als Kranker da behaupten. Und die Umstände herum wissen ja gar nicht, dass man krank ist. Und man sieht ja meistens als Boreliosekranker auch nicht gerade irgendwie krank aus. Und das sind so Hürden einfach, dass eben diese ganze Geschwindigkeit an der Kasse, das kann Menschen schon ziemlich belasten. Dann höre ich von vielen, dass sie eben Schwierigkeiten haben. Ja, das Nervensystem ist ja entzündet. Und dieses entzündete Nervensystem im Supermarkt, man hat da eben gewisse Lichtstrahler. Man hat da meistens auch heute so Funk-Überwachungskameras, die eventuell das Nervensystem stören. Und was auch ein Problem ist, sind diese Kühltruhen, die so brummen. Also auch der Boreliosekranke Mensch, der mit entzündetem Nervensystem jetzt, also ich beziehe das jetzt auf Neuroborreliose eben, der hat eben verschiedene Bereiche im Supermarkt, die er besser abkann und wieder schlechter abkann. Also manche können es eben besser an den Kühltruhen aushalten, weil sie sich da auch ein bisschen abstützen können. Und andere wieder gar nicht, die meiden das halt. Und dann sind ja Supermärkte auch immer ein bisschen gemein. Die stellen ja manchmal auch noch Sachen um. Also jemand, der echt schwach ist und eben auch von der Konzentrationsschwierigkeiten hat, diesen Gehirnnebel, diese Schwierigkeiten hat, und der einfach auch nur fünf Sachen kaufen will, weil alles andere wird ihm schon zu viel. Und dann stellt der Supermarkt mal wieder alles um. Das ist auch ein Problem. Also dieses, also Boreliosekranke können im Grunde genommen nicht gut suchen in Supermärkten. Naja gut, auf jeden Fall ist das ein Problem. Und eben, was ich eben sagte, man hat eben das Erfolgsgefühl. Aber das ist sehr, sehr oft, dass man, dass die Heilung der Boreliose im Grunde genommen auch in Wellen verläuft. Oder generell es eben tagesunterschiedlich ist. Und dass man eben den einen Tag was schafft, auch mal spazieren gehen schafft. Und dass es dann aber sein kann, dass man es eben eine lange Zeit wieder nicht mehr schafft. Auch eine lange Zeit dann eben nicht mehr in den Supermarkt schafft. Aus verschiedensten Gründen. Und die jetzt eher so eine Gelenksboreliose haben, die haben eben auch Schwierigkeiten, dann aus dem Auto zum Beispiel auszusteigen. Also wenn die natürlich Gelenkentzündungen haben, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, so etwas, die müssen sich da eben echt rausschälen aus dem Auto. Das ist auch ein Problem. Also ich weiß noch, ich weiß, einer hatte mir mal erzählt, dass sie es oft macht, dass sie auf dem Supermarktparkplatz fährt, ein bisschen guckt, wie es so geht, und dann teilweise wieder wegfährt. Nun bin ich ja so geartet, ich bin ja immer so, das ist vielleicht auch ein Ego-Problem bei mir noch, wo ich ja das versuche abzubauen. Aber mein Ego sagt dann so, nein, jetzt zieh mir es durch. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, wenn man ein bisschen einen Antrieb braucht. Naja, und diese Unberechenbarkeit der Symptome, dieses Springen der Probleme, dieses eben habe ich noch Kopfschmerzen, dann ist mir schlecht, dann tut das weh, dann fühle ich da mal nichts und so weiter. Das macht es eben so ungemütlich, sage ich mal, im Körper. Man bekommt keine Ruhe, man bekommt keinen Urlaub von seinen Symptomen. Man ist immer mit seinen Symptomen im Grunde genommen 24 Stunden lang zusammen. Und das geht ganz schön ja, auf die mentale Stärke, sage ich mal. Also man braucht, andersrum, man braucht sehr viel mentale Stärke, um sich im Grunde genommen wegzuträumen. Also man sollte nicht unbedingt immer sich bewusst sein, dass man da im Bett liegt. Also man kann ja an verschiedene Orte geistig reisen. Also ich bin dann zum Beispiel mal geistig spazieren gegangen. Ich dachte, das ist auch gut, dann weiß mein Körper irgendwie ja noch, wie man läuft. Also ich habe mir da richtig vorgestellt, wie man läuft. Also man kann sich irgendwie wegträumen. Und ansonsten muss man sich extrem motivieren, dass man wieder gesund wird. Aber extrem. Also wirklich und ganz liebevoll mit sich umgehen. Sagen, ja, das ist jetzt. Also immer, immer erstmal annehmen. Das hilft auch. Das hilft so ein bisschen der Seele, finde ich immer, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so. Heute ist es jetzt so. Heute können wir es nicht mehr ändern. Heute zum Beispiel können wir nicht auf den Geburtstag. Heute können wir meinetwegen auch nicht auf Indies in den Supermarkt. Heute haben wir Schwierigkeiten, selber alleine zum Arzt zu fahren. Das ist jetzt so. Das muss man akzeptieren. Da geht dann auch kein Weg dran vorbei, wenn es eben nicht geht. Aber gleichzeitig zu sagen, aber ich versuche es zu ändern. Ich überlege mir was Neues. Ich überlege mir eine neue Strategie. Ich probiere aus. Und dann hilft es auch immer ein bisschen, sich was aufzuschreiben, was so geholfen hat. Genau. Also das war mir jetzt erstmal wichtig, diesen Supermarkt zu beschreiben. Tankstelle ist so ähnlich. Das gleiche Problem, so ein bisschen mit diesen ganzen Pumpen und dann auch Kühltruhen und so. Da sind ähnliche Probleme. Und dieses eben mit sich und den Symptomen, 24 Stunden lang zusammen zu sein, das macht eben auch Partnerschaften dann total schwierig. Weil es ist dann eben nicht eine Zweisamkeit. Der eine Partner mit dem anderen Partner, dann sagen wir mal eine Ehe. Es ist eben nicht eine Partnerschaft plötzlich, sondern das ist fast so, als ob wer Drittes noch mit im Raum steht. Und als Dritte sind eben die Symptome, die eben die ganze Zeit einen so umhüllen. Und man kommt gar nicht zum Partner richtig dran, weil man eben sich die ganze Zeit so massiv fühlt. Man kann sich im Grunde genommen auch ganz schlecht auf andere dann einfühlen, weil man ja so sehr konfrontiert ist. Weil das so imperative, also überherrschende oder vorherrschende Symptome sind, wo nichts anderes geht, als sich die ganze Zeit, also als die ganze Zeit sich zu fühlen, zu merken. Und vor allen Dingen, wenn man eben mal aus dem Bett rausgeht, dass man eben dann wirklich massiv spürt, oh Gott, bin ich krank. Also was weiß ich, dann geht auch vielleicht der Kreislauf weg. Oder ja, was weiß ich, die Knie, die Sehnen tun vielleicht weh. Das ist jetzt nicht ganz so Neuroborreliose. Neuroborreliose ist dann eher so, oh, ich fühle meine Füße gerade nicht, ich fühle meine Fußsohlen nicht. Schön ist auch immer beim Autofahren, wenn man die Fußsohlen nicht fühlt, dann bremst man irgendwie. Man merkt auch, dass man bremst, aber man fühlt irgendwie gar nicht mehr das Gaspedal. Bei mir war es so, jetzt rückblickend, dass es aber von innen nach außen bei mir jetzt heilte. Also ich habe im Grunde genommen mich von der Neuroborreliose dann tatsächlich eher zu dieser, sagen wir mal Gelenkborreliose, Gelenkentzündungsborreliose entwickelt. Nun stellt sich so ein bisschen auch immer die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesen ganzen Symptomen? Also warum springen die? Also es ist ja, erstens hat man ja nicht nur eine Borreliose, sondern eine Borrelie, also ein Bakterium hat man ja nicht nur im Körper, sondern wahrscheinlich ein paar Millionen. Das ist jetzt für die Vorstellung. Nicht ganz so schön, aber ich gehe davon aus. Auch wenn man das jetzt wahrscheinlich gerne hört. Aber es sind ein paar. Nein, ich sage jetzt, nein, 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 ich sage jetzt auch nicht noch Bilder dazu, ihr sollt euch das nicht so ganz arg vorstellen. Aber es sind mehr als drei Borrelien in eurem Körper. Das heißt, es ist jetzt nicht so, weil ihr eben noch einen Schmerz im Trigeminusnerv habt und plötzlich tut euch der kleine Zeh weh. Die sind ja nicht ganz schnell runtergeflitzt. Ja, das ist nicht so. Also das, glaube ich, kann man sich vorstellen. Ja, also die sitzen überall. Ich zeige ja auch immer, dass sie im Blut sitzen und zwar in den roten Blutkörperchen. Aber das Thema, ja, da gebe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Okay. Also die Borrelie hüpft ja jetzt nicht von A nach B und macht mal da ein Symptom, da ein Symptom. Das kommt jetzt einem ein bisschen vor, so als ob man so kleine Trolle im Körper hat. So ist es aber nicht. Da reagiert also irgendwas anderes. Und was ich auch immer beibringe, und da geht es im Grunde genommen immer um Bakterien und egal um welches Bakterium und auch Viren letzten Endes und Pilze, lösen ja immer eine Immunantwort aus. Und die Art der Immunantwort, die fühlt man. Also das ist eigentlich, ja, das kann man eigentlich als Gesetz fast sagen, wobei, das möchte ich noch einschränken, ganz selten spürt man auch einen mechanischen Schaden. Einen mechanischen Schaden meine ich jetzt bei Würmern zum Beispiel, wenn die sich durch etwas durchfressen und durcharbeiten. Das ist also so ein physikalischer Schaden, den kann man auch fühlen. Also so eine Art Knabbern. Und man kann auch mal, aber das ist auch ganz selten, da sind wir schon mal Antrax, wenn so eine Verstopfung von einem Blutgefäß stattfindet, durch massives, das sind so Stäbchenbakterien, also wenn die sich schnell teilen, dann kann das auch ein Blutgefäß verstopfen. Aber physikalische Probleme treten eigentlich erstmal bei Bakterien nicht so wirklich auf, wie man fühlt. Man fühlt meistens das Immunsystem. Und da ist es eben so, das sagte ich ja eben schon, dass das Immunsystem immer mit verschiedenen Strategien reagiert, auf verschiedene Erreger. Das kann man so sagen. Und was man eben auch fühlt, ist eine pH-Wertänderung. Also ein Nerv, wenn der eben in seinem speziellen pH-Wert eingebettet ist, das ist eigentlich basisch, so im Bindegewebe, wenn da sich eben eine pH-Wertänderung zeigt, sagen wir mal, zeigt, ja, auswirkt, wenn da sich eben was verändert, weil da eben irgendwelche Sachen gespalten werden und so, dann tut der Nerv eben weh. Aber das ist jetzt keine Fraßspur der Borrelie, die daran rummümmelt. Das Zweite ist, dass aber das Immunsystem natürlich auch auf Nervenfasern geht, wenn es eben was verwechselt. Und da sind Bakterien zum Beispiel auch sehr bekannt für, dass sie so eine, das nennt man eine Autoimmunerkrankung, das muss man jetzt aber, ich finde es eher so eine Art Immunsystemfehllenkung mal nennen. Oder Verwechslung. Eine Verwechslung des Immunsystems. Da hat jemand was verwechselt. Ja, also das sind so die, wenn da natürlich was angegriffen wird. Und das angegriffen heißt erstmal, da werden so wie Fähnchen dran gesteckt und danach kommen so Fresszellen. Nehmen wir mal Makrophagen. Das ist so ein veränderter Monozyt. Und dieser Monozyt, beziehungsweise diese Makrophage, würde jetzt zum Beispiel an dem Nerv fressen, weil da eben Antikörper drauf gesteckt worden sind, wie so kleine Fähnchen. Dann dachte er, ach Mensch, ich dachte, du bist fremd. Gut, das tut also alles weh. Und worauf ich aber hinaus wollte, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich wollte auf das Mastzellaktivierungssyndrom. Das kursiert ganz oft jetzt so bei Ärzten und Heilpraktikern auf den Internetseiten. Oh, das klingt schon wieder so zynisch. Das meine ich gar nicht so zynisch. Wobei, ja, da kommt natürlich gleich noch ein Nachsatz. Aber grundsätzlich ist es so, dass Mastzellen, das mache ich mal in einem anderen Video nochmal genauer, aber Mastzellen geben ja bestimmte Mediatoren, sagt man, also bestimmte Stoffe ab, zum Beispiel das Histamin, aber auch das Heparin und noch ein paar andere Sachen, Prostagladin und solche Sachen. Und diese Mastzellen können aktiviert werden durch Borrelien. Und wenn man aber die Studie liest, also es gibt so eine Studie, da steht in der Überschrift Mastzellaktivierung durch Borrelia burgdorferi. Wenn man nur die Überschrift liest, dann denkt man, oh Gott, das ist ja massiv, dass die Mastzellen aktiviert werden. Das ist aber in der Studie jetzt nicht so. Also wenn man dann genauer liest, ist es nur ganz, 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 ganz bisschen. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch mit dem Histamin zusammenhängt. Versteht mich nicht falsch. Es gibt dann noch einen zweiten Faktor und das sind andere Immunzellen, die eben auch Histamin produzieren können. Werde ich aber dann nochmal genauer, glaube ich, in einem anderen Video machen. Ich sage es trotzdem schon mal, damit ich jetzt nicht euch auf die lange Folge... Also das soll jetzt kein... Ich will euch nicht anteasern, damit ihr das nächste Video guckt. Also ich enthülle es auch sofort. Also die Neutrophilen und die Monozyten, die können auch bei Areakontakt Histamin herstellen und dann eben auch reagieren. Ich wollte das nur deshalb so ein bisschen differenzieren, weil ich ja eigentlich einen YouTube-Kanal habe, der sich um die Mikroskopie dreht. Und man kann das eben locker rausfinden. Also wenn jemand zum Beispiel sehr viele Basophile-Granulozyten hat, ich mache es jetzt nicht zu... Ich erzähle das jetzt nochmal so runter. Ich gehe da jetzt nicht noch spezifisch drauf ein. Wenn jemand sehr viele Basophile-Granulozyten hat, dann liegt das Mastzellaktivierungssyndrom sehr nah. Dann hat er wahrscheinlich auch sehr viele Mastzellen. Kann man immer so ein bisschen rückschließen. Man kann natürlich auch das Gewebe nutzen, das Mikroskopieren. Also wenn da jetzt viele Mastzellen sind, dann können wir eher über ein Mastzellaktivierungssyndrom sprechen. Das sehe ich aber relativ selten. Ich denke, es wird sich eher um die neutrophilen Granulozyten drehen bei der Borreliose. Wie gesagt, mache ich nochmal extra. Worauf ich hinaus will. Dieses Histamin hat einerseits ganz gute Wirkungen. Der Körper macht ja nichts, weil er bekloppt ist. Das sage ich immer. Also das glaubt nicht, dass ich denke, der Körper ist doof. Der muss sich irgendwann entscheiden, auch mal zu attackieren, anzugreifen. Das muss er machen. Was soll er denn sonst machen? Also der will euch ja auch helfen. So wie er euch aber helfen will, habt ihr Symptome, Schmerzen. Und Schmerz ist immer ein Zeichen für guckt da mal hin, da stimmt was nicht. Das ist das Zeichen von einem Schmerz. Das läuft auch über das Histamin. Also das ist dann, das sagt euch im Grunde genommen, da ist ein Problem. Und diese vielen Symptome, dieses Im-Aufruhr-Sein, das wird unter anderem eben auch durch das Histamin gesteuert. Und deshalb mal so, das ist nur ein kleiner Tipp, und ich bin ja kein Arzt, kein Heilpraktiker, also ihr müsst es ja nicht machen und fühlt euch ganz frei, das auszuprobieren. Aber ihr könntet ja zum Beispiel mal, wenn ihr auch in diesem Abhievel seid, in dieser Aufruhr seid, und eure Symptome nicht unter Kontrolle bekommt, lasst einfach mal Nahrungsmittel weg, die Histamin enthalten. Lasst auch mal Kaffee weg, oder nehmt Sachen ein, die ihr so ein bisschen das Histamin senken. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann kann man das ein bisschen ausprobieren auch. Aber das ist eben so dieser Zusammenhang auch so ein bisschen, warum man eben diese Probleme hat, was man da fühlt und wie das kommt. Das macht natürlich jetzt noch keine Taubheit, aber das erklärt so ein bisschen dieses im Körper sich nicht mehr wohlfühlen und dieses Unwohlsein. Das erklärt sich ganz gut durch das Histamin. In einem meiner letzten Videos habe ich ja auch gesagt, dass das Histamin auch die Lymphozyten blockiert, also eine Lymphozyten-Rezeptor-Blockade macht und somit eben auch eine effektive Abwehr gegen die Borrelien verhindert. Zumindest in der chronischen Phase. Also so eine Zeit lang Histamin wegzulassen, kann man ausprobieren. Ob ihr das macht, macht es oder macht es nicht. Ihr seid, ihr sollt selbstbestimmend werden. Das ist mir ganz wichtig. Irgendwann geht es mir auch hier auf diesem YouTube-Kanal. Dieses, dass ich immer so viel sage, Mikroskopie, Mikroskopie. Es geht ja hier nicht darum, dass ich möchte, dass nur drei Leute in Deutschland mikroskopieren können und ihr seid dann total ausgeliefert. Darum geht es ja hier überhaupt nicht. Es soll ja genau umgekehrt sein. Ich möchte ja, dass so viele Menschen wie möglich tausende Mikroskope hier noch weiter verteilt werden und dass man selber anfängt zu gucken. Dass man auch selber seinen Verstand einschaltet. Ja, also darum geht es mir. Es geht um eine Eigenverantwortung und ich zeige oder gebe auch relativ viel ja raus bei YouTube. Wobei, ganz ehrlich, ich würde sogar noch viel, viel mehr rausgeben. Das ist nur einfach ein Zeitmangel. Ich habe gerade jetzt wieder fünf Blutmikroskopien gerade heute. Zwei Italien, einmal Lettland, zweimal Deutschland. Ich arbeite momentan sehr, sehr viel auch fürs Ausland. Ja, und das ist natürlich dann der Grund, warum ich es nicht schaffe, so viele YouTube-Videos zu machen. Und da ich jetzt gerne YouTube-Videos machen möchte, die jemandem etwas bringen und so eine Hilfestellung machen, mache ich gerade jetzt dieses Video. Das war jetzt eben so ein bisschen so aus Instinkt, aus der Seele heraus. Ja, gut. Also ich habe das Histamin mal angesprochen. Da sind natürlich noch viele, viele andere Stoffe, die dann noch so vom Immunsystem abgegeben werden. Und dann ist das total spannend auch, wenn man sich damit auskennt. Das wird jetzt aber zu spezifisch. Ich kann auch keine wirklichen Tipps geben, außer dass man zum Beispiel das Histamin mal weglässt und vielleicht mal ein bisschen Vitamin C nimmt und solche Sachen. Also das ist keine Empfehlung. Ihr fragt natürlich einen Arzt oder einen Apotheker oder eine andere medizinische Fachkraft. Fragt ihr natürlich. Ich habe ja keine Ahnung. Aber man lernt eben auch durch eigenes Beobachten. Ich muss aber dazu sagen, Borrelien haben auch immer so eine Nasenlänge einem voraus. Wenn sie eine Nase hätten. Also sie sind ein bisschen schlau. Die gewöhnen sich sehr schnell um. Also wenn euch jetzt irgendwas hilft, kann es sein, dass in zwei Wochen euch das überhaupt nicht mehr hilft. Die Borrelien haben eben die meiste Plasmid-DNA von allen Bakterien und überhaupt ein relativ großes Genom sogar. Und deshalb, also die haben eine große Trickkiste. Ich behaupte allerdings auch, dass die Trickkiste auch nicht so ewig lange immer hält. Also die Oberflächenproteine, da haben sie halt einige. Aber sie können, und die auch immer wechseln können sie, ja. Das ist dann so ein Antigen-Shift, nennt man das. Also Antigen ist praktisch diese Oberfläche, sagen wir mal. Das ist das Antigen. Und das shiften die eben immer wieder, ja. Aber die kam auch, die Trickkiste ist irgendwann auch mal aufgebraucht. Also das jetzt auch mal so als Lichtblitz. Wie heißt es denn? Als Lichtblitz am Horizont? Ja, meinetwegen. Also, dass ihr Licht am Ende des Tunnels seht. Wenn ihr das relativ gut übersteht, diese Borreliose, mit wenig Kollateralschäden, dann habt ihr auch eine gute Chance wieder rauszukommen, sage ich. Denke ich. Also, gebt ihr Hoffnung nicht auf. Warum, wozu, sollte das sein? Ich überlege, ob ich noch was sage. Ich meine, ich habe mir heute keine Grenze gesetzt. Also ich kann so lange reden, wie ich möchte. Ob ihr jetzt abschaltet, könnt ihr machen oder auch nicht. Vielleicht wird es ja noch spannend. Ich weiß es nicht. Ich will nicht zu spirituell werden. Ich finde es aber alle Themen hochspannend. Also alles, was mit Borreliose zu tun hat. Ob es die Politik ist, die mit der Borreliose irgendwie auch was zu tun hat. Also Gesundheitspolitik. Ah, soziale Politik ist auch spannend. Also das hat alles, was so um die Borreliose herum geht, ist sehr, sehr spannend. Aber eben auch, dass viele anfangen, ein bisschen spiritueller zu werden. Irgendwann, wenn man lange genug krank ist, hat man ja keine Lust mehr, nur diesen einen schulmedizinischen Weg zu gehen. Man fängt ja irgendwann an, meistens nochmal breiter zu gucken. Manche gehen dann eben zum Heilpraktiker oder zum Naturheilarzt nochmal. Überhaupt generell natürlich nochmal mehrere Meinungen einholen. Oder nochmal ins Krankenhaus. Oder da nochmal hin. Da nochmal in die Parasitologie, in die Immunologie, in die Hämatologie. Und wo auch immer nochmal hin. Und ansonsten eben auch verschiedene Ärzte nochmal. Fachrichtungen und so weiter. Egal. Und man fängt aber irgendwann auch an, so ein bisschen zu überlegen. Hat die Krankheit auch noch einen Sinn? Also man ändert ja vielleicht den Freundeskreis. Man wird vielleicht arbeitslos. Man muss sich sehr genau mit sich selbst beschäftigen. Was man ja vorher gar nicht so machen musste. Vielleicht ist man ja auch, kann noch kaum Fernsehen oder so gucken. Weil eben das Licht viel zu anstrengend für einen ist. Also liegt man vielleicht in einem abgedunkelten Raum und muss sich mit sich beschäftigen. Muss sich ein bisschen, ja. Ja, muss merken, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wo habe ich Probleme? Was sind meine Ziele? Wo wollte ich eigentlich immer hin? Kann ich da überhaupt jetzt noch hin? Manche finden dann halt so Gott. Manche fangen an zu meditieren. Manche gucken halt alle möglichen YouTube-Videos, wo man eben noch irgendwelche Heilenergien bekommt. Fernheilung bekommt und was auch immer. Und das sollte jetzt auch nicht so zynisch klingen, wie ich es gerade gesagt habe. Also im Grunde genommen, das finde ich sogar eigentlich ganz gut auch. So eigentlich. Wobei ich finde es auch, ich finde es ein bisschen brutal. Also man wird brutal in diese Richtung gestoßen. Aber ich finde es eben nur sehr interessant, dass es eben dann auch immer so mitschwingt. Und ich glaube, und wenn man jetzt wirklich das so ein bisschen auf seelischer Ebene betrachtet, hoffentlich haupt ihr mich jetzt nicht. Ich weiß, ich habe einen YouTube-Kanal mit Mikroskopie. Aber trotzdem, wenn man es mal aus einer höheren Ebene betrachtet, ist es eben schon so, dass die Seele am meisten lernt durch Herausforderung und durch Schmerz und durch den Weg der Krankheit. Ich meine, letzten Endes, wenn man sich so die ganze Geschichtsschreibung anguckt, da waren ja schon ganz schön viele Seuchen, Kriege, die Pest, Cholera, Syphilis, keine Ahnung. Viele, viele Schicksale. Davon handeln viele, viele Spielfilme. Historische Spielfilme vor allem, wenn man die sieht. Ich meine, das war wahrscheinlich nicht ganz so gebündelt da an krassen Sachen. Aber dennoch, Hexenverbrennung und solche Sachen, das gab es ja alles. Und das waren alles auch ziemlich harte Schicksale. Also ich glaube, die Hexenverbrennung war schon ein ziemlich hartes Schicksal. Oder auch in Preußen gab es gerädert werden. Das ist auch keine schöne Art der Tötung. Na gut, ich höre jetzt auf, mit Arten von Tötung zu sprechen. Aber es gab ja im Grunde genommen nie eine einfache Zeit. Und ich glaube auch, es wird heute eben auch immer wieder Herausforderungen geben. Und ich glaube nicht, dass das was mit der Entwicklung von Technologien und mit Digitalisierungen und so, dass man damit sich vor irgendwas schützen kann. Ich glaube, das gehört, ich will nicht mal sagen, zum Menschsein dazu. Das ist Quatsch, das hat mit Menschsein gar nichts zu tun. Das ist die ganz normale Biologie. Guckt euch eine Pflanze mit Mehltau an. Der hat auch ein hartes Schicksal, diese Pflanze. Oder guckt euch einen Vogel an, der fünf Zecken hat. Ist auch nicht schön. Also versteht ihr, was ich meine? Die Natur ist nun mal, na, ich will nicht sagen grausam. Aber die Natur ist halt die Natur. Und da gibt es halt, es gibt halt spezielle Naturgesetze. Oh Gott, ich wollte euch motivieren. Oh Gott. Also, ja gut, also diese gibt es. Es gibt diese Herausforderungen. Und dennoch gibt es Mittel und Wege, Mehltau von Pflanzen wegzukriegen. Die fünf Zecken von den Vögeln abzusammeln. Und sonst was. Man schafft zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, die Todesstrafe ist blöd, was ich eben gesagt habe, und Hexenverbrennung ist blöd, muss man neue politische Gesetze erlassen. Also, was ich damit sagen will, es gibt für alles eine Lösung. Aber wirklich für alles. Wirklich für alles gibt es eine Lösung. Ich weiß, dass man manchmal denkt, man kommt da nicht raus. Oder man kommt da nicht drauf auf die Lösung. Ich habe auch lange Zeit damit gehadert, dass ich oft Menschen helfen konnte. Weil ich irgendwie so von außen ein bisschen drauf geguckt habe und irgendwelche Quellen oder so oder Ideen noch hatte. Aber für mich selbst war ich dann doch ziemlich ideenlos, weil ich sehr in meinen eigenen Symptomen früher gefangen war. Wenn ich auf andere Menschen gucke oder auf Kaninchen oder so, dann kann ich so objektiv gucken. Und wenn ich auf mich geguckt habe, habe ich immer das eine Symptom, was gerade schreit, im Vordergrund gehabt und wollte dieses eine Symptom am schnellsten sofort loswerden. Und habe dann oft das große Ganze nicht gesehen. Übrigens hat mir das dann, mir hat das dann so geholfen, mir vorzustellen, ich wäre ein krankes Kaninchen. Und habe versucht, so objektiv wie möglich auf mich drauf zu gucken. Und eben auch nicht auf diese einzelnen Symptome, die ja eventuell, wie gesagt, durch zum Beispiel eine Mastzellaktivierung oder durch was auch gerade oder durch irgendeinen enzymatischen Prozess am Nerv irgendwie. Da wird irgendwas halt wie weggespeilt. Wie gesagt, dann kommt eine Säure, dann nervt der Nerv oder schmerzt der Nerv. Und dann hat man eben so ein Problem. Wenn man nur auf dieses eine Problemchen da gerade guckt. Entschuldigung, es ist ein Irre Schmerz, mir ist das klar. Also ein Trigeminus-Nerv ist zum Beispiel das Schmerzhafteste, was es gibt, wenn der schmerzt. Aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Schmerz hat wie so ein Trigeminus-Nerv, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das ist wirklich der schlimmste, böseste Schmerz, den man haben kann. Wenn man aber eine grassierende Borreliose im gesamten Körper hat, dann darf man eben nicht nur diesen einen Nerv betrachten, sondern muss eben das große Ganze nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Man muss auch, und das ist wieder der Punkt, warum ich so gerne mikroskopiere. Weil ich rausfinden will, für mich selbst, ich darf nicht sagen für andere, habe ich nicht gesagt. Aber ich möchte rausfinden, wo hier die Probleme sind. Und wo der Hase im Pfeffer liegt. Wo das Problem herkommt. Wo die Probleme herkommen könnten. Wo auch für die Masse die Probleme herkommen könnten. Wo aber auch, also für die Masse der Menschen. Wo aber auch vielleicht im Individuum das Problem ist. Denn jede Blutprobe, und das könnt ihr mir echt glauben, ist voll individuell. Ich kann jede Blutprobe auch mit einem anderen Menschen vergleichen. Also mit irgendeinem Phänomen, mit irgendeinem Faktor kann ich das vergleichen. Aber die Vielzahl der Einzelfänomene ist immer individuell. Ist wie ein Fingerabdruck. Das habe ich noch nicht einmal gehabt, bis ich gesagt habe, das ist komplett gleich. Es gibt Blutproben, die sich sehr gleichen. Das gibt es. Auch manchmal, wenn Leute sehr lange zusammenleben. So Ehepaare oder so. Aber es gibt auch so Blutzwillinge, sage ich mal. Das gibt es auch. Aber es gibt trotzdem immer noch irgendwie ein, zwei Faktoren, die dann wirklich anders sind. Zur Spiritualität, da habe ich jetzt ein bisschen auch von der Spiritualität vielleicht ein bisschen weg. Aber es fällt noch so ein bisschen in diese Richtung rein. Es gibt auch noch diesen Faktor der Konditionierung. Da hat mich meine Freundin in letzter Zeit noch mal mehrfach drauf gebracht. Man konditioniert sich auch sehr stark. Und ich überlege gerade, ob ich da jetzt ein gutes Beispiel für hätte. Ich fange jetzt nicht an mit einer Glocke und der Hund fängt an zu speicheln. Es gibt so Untersuchungen zum Beispiel, dass man Menschen, Kochsal... Nee, nee, muss ich überlegen. Man hat Menschen Traubenzucker gespritzt. Jeden Tag. In den gleichen Armen, zur gleichen Uhrzeit. Und eines Tages, das war irgendwie so eine Studie halt, ne? Eines Tages hat man das den Leuten nicht gesagt. Und hat man anstatt der Traubenzuckerlösung, Kochsalzlösung gespritzt. Und dennoch kam die gleiche Insulinausschüttung, wie in den ganzen Tagen zuvor. Also hatte sich der Körper so genau dran... Also der Körper wusste, gleich kommt die Spritze, dann muss ich wieder Insulin ausschütten. Habe ich ja gelernt in den letzten Tagen. Und diese Art der Konditionierung, die aufzubrechen, das ist auch noch mal ein riesen, riesen Schritt. Dem Körper neue Dinge beizubringen. Den Körper komplett zu entwöhnen von alten Mustern. Es ist eine riesen Aufgabe. Also das Beispiel ist ganz gut, glaube ich. Weil im Grunde genommen bringt er eben auch dem Körper, jetzt sagen wir mal, mit einem Antibiotikum eben bei, was gleich alles passiert. Das gleich Borrelien absterben. Das lernt euer Körper. Aber letzten Endes werden auch die Borrelien gewisserweise auf Sachen reagieren können. Auch die Borrelien sprechen sich ja ab und andere Bakterien natürlich auch. Also alles reagiert und alles lernt. Und die lernen scheinbar ziemlich schnell. Gut. Ich wollte das wenigstens mal angesprochen haben. Da muss jeder aber für sich selber reinfühlen. Sich selber beobachten und überlegen, ob er zum Beispiel immer mal wieder Dinge anders macht. Und da vielleicht noch ein ganz kleiner Minitipp. Vitamine wirken am aller, aller, allerbesten, wenn ihr richtig, richtig Hunger habt. Dann ist euer Körper bereit, alles aufzunehmen. Alles richtig gut aufzunehmen. Also ihr versucht, also wenn ihr das könnt irgendwie, müsst ihr, ne? Ich sag ja, das wollte ich nur mal so, nur mal so reingeben. Wenn ihr also könnt und ihr habt richtig, richtig Schmacht, dann Vitamine nehmen und auf gar keinen Fall Sachen mit Schwermetallen und so. Verdient euer Körper dann auch gleich noch mit dankbaren, also dankbaren Anführungszeichen. Erstmal dankbar und danach sagt er, was hast du mir denn da zuvor dann gegeben? Ja? Okay. Also jetzt habe ich, glaube ich, lange genug gesprochen. Ich wollte viele, viele Impulse heute mal reingeben. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade aufhören und jetzt überdenke ich es nochmal. Weil ich ja heute über die Aufruhr gesprochen habe und ich möchte das tatsächlich auch so ein bisschen in der nächsten Zeit auch so beibehalten, dass man sich nicht in den einzelnen kleinen Symptomen, auch klein sind sie auch nicht, weiß, ich weiß, sie sind nicht klein. Mein Herz hat ja dann zum Beispiel auch mal so lustig ausgesetzt und dann kamen immer so Doppelschläge. Ausgesetzt Doppelschläge. Das war toll. Man hat echt, dann liegt man im Bett und hat nichts anderes zu tun, als zu denken, oh, jetzt hat es aufgehört. Ah, jetzt habe ich wieder Doppelschläge. Also das sind keine kleinen Symptome. Was ich trotzdem damit meine, diese ganzen, ganzen einzelnen Symptome, die machen einem Angst, die machen einen unruhig. Man weiß nicht, ob man irgendjemandem noch zu einer Party zusagen kann, wie es dann wieder ist, ob man das und das kann oder ob man das und das nicht kann. Man weiß es eben nicht. Und das würde ich gerne als Aufruhr bezeichnen und eben nicht die ganzen Symptome einzeln auflisten. Das bringt es eigentlich nicht. Weil diese Aufruhr kann überall stattfinden und bringt eine gewisse innere Unruhe eben komplett, ja, bringt eben eine Unruhe in einen hinein. Und darum ging es heute. Ja, und so ein bisschen um meine eigenen Erfahrungen und was ich so mitnehme, wenn ich mit manchen spreche. Ja, ich, also ich bin jemand, ich höre sehr genau zu. Also ich spreche jetzt nicht ständig mit Menschen am Telefon, immer, ja, ein paar Mal in der Woche, aber nicht so total viel. Ich muss ja in meiner Kraft auch bleiben. Und, aber wenn ich mit jemandem spreche, dann eben immer viele Stunden. Und dann, ich kann ganz gut zuhören. Also ich höre wirklich gut zu. Ich kann mir auch gut Gespräche einprägen. Ja, ich glaube, das kann ich. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr, wenn irgendwas davon jetzt irgendwie, sagen wir mal, ja, das ist auch so, dass spirituell eine Resonanz mit euch gegangen ist. Also wenn etwas, wenn ihr sagt, ja, das ist bei mir auch so und ah, das ist bei mir auch so. Ja, willkommen im Club. Und es wird, ihr habt alle Chancen in der Welt. Ihr habt ein Internet. Seid mal froh, dass wir überhaupt ein Internet haben. Ich meine, Internet ist auch gewisserweise Fluch, aber fürs Kranksein ist Internet ein Paradies. Wo kommt ihr denn so schnell an Informationen dran? Wärt ihr doch vor 20, 25 Jahren, wärt ihr doch gar nicht. Wir haben doch, wir haben doch alles jetzt. Also die Fähigkeiten, die Arten der Therapien. Wie kriegt man sich sauber? Da gibt es doch schon einiges. Natürlich ist es ein Dschungel. Natürlich, das ist ein Riesensdschungel, das weiß ich. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen auf die Basics jetzt runterzubrechen. Ach, ich rede schon wieder. Ja, ich weiß, ich weiß, ich wollte aufhören. Ich wollte ja aufhören. Aber die Basics braucht man. Das wird nicht zu viel Einzelwirkstoffe, das wird zu kompliziert. Ich versuche jetzt momentan immer so ein bisschen auf die Grundstrukturen. Was ist erstmal wichtig? Und dann können wir es immer noch weiter in den nächsten Jahren auf meinem YouTube-Kanal. Da gehe ich dann vielleicht nochmal irgendwann spätig spezifischer. Aber sonst muss jetzt erstmal so ein... Ich denke, umso mehr man eine Basis reinkriegt, kriegt man auch die meisten Menschen erstmal mitgenommen. Gott, oh Gott. Darf ich... Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon wieder hätte sagen dürfen. Hm, na gut. Ich verabschiede mich von euch. Ich versuche gerade noch irgendwas zu sagen, was euch unendlich viel Kraft gibt und irgendwie voll das gute Gefühl. Und mir fällt aber jetzt nichts Richtiges ein. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, wenn ich das jetzt so ausspreche, dass ihr dann wisst, dass ihr... dass ihr nicht allein seid und dass es da voll viel Einleihung gibt. Glaubt mir, dass ich in den ganzen letzten zwölf Jahren, ich habe so viele Mitpatienten erlebt mit mir, die alle die gleichen Probleme in gewisser Weise hatten. Jeder ist individuell, aber im Großen und Ganzen diese Probleme nicht in den Supermarkt zu können oder nicht auch feiern zu können und hier nicht hin zu können und immer viel schlafen zu müssen und so, das ist schon... das kann man schon als typisch, glaube ich, bezeichnen. Also macht's gut. Tschüss! Eure Medimikro!